So, ich teste mal was. Ich will mal gucken. Alles mögliche an, aber nicht. Doch, ist an. Ich zeige wieder alles an. Außer die... FPS. Entschuldigung. Fratke. Das ist... Performance. Metric Option. Showmetrics. Ja. Start Performance Logging. Nein. Showmetrics. Metrics. FPS. Bottom left. Auch keine FPS. Top right. Vielleicht wenn wir mal ein paar andere Sachen rausnehmen. Wie... Fanspeed. Memory Clock ist wahrscheinlich interessant. GPU Power. Ja, das ist nur 28. Jetzt zeigt die FPS nicht an. Ich glaube, das geht vielleicht nur im Fullscreen. Auch Fullscreen will ich nicht. Da würde es auch eins ausmachen. Das ist kein FPS an. Oder kann ich nur helfen. Oder kann ich nur helfen. So, hier noch Display Settings. So, wir wollen einmal. Freezing. Enhancing. Game Advisor. Fritte. Fritte Value. Was ist denn? Game Rate. Game Rate. Frame Cup. 300. 2.60, ne? Zeigt doch auch nichts an. Chill. Wolle ich nicht. Bloodman. Meins nicht. Relive. Relive. To do do do. Hidden. Replay. Indicator. Top left. Der zeigt nur an was Sache ist. Timer. Ja. Bräu ich nicht. Zeigt keine FPS an meinem Ding. ich habe das hier fenster ich weiß nicht wie der fps merke ich auch nicht weil ich früßig da nichtsdestotrotz was war in der plan wir wollen bis zum nächsten tag waren und dann sehen ob wir noch ein paar schablonen kriegen können wir waren ziemlich angeschlagen die hacken nur ingenieure nicht schon später hergestellt wird langsam mk1 der noch eine schundwaffel mk3 wie was soll die hatte sie so schön der müll hergestellt das war nicht anders zu erwarten sie ist ja noch neu sich das hier erhöht also nichts los ich glaube bis zum nächsten tag waren also wecke der will hinaus verkaufen noch ein grund bis zum nächsten tag zu waren also diese rüstungsplatten der aus kupfer gemacht werden die schweine richtig kritisch krass geld zu kosten zu geld zu machen das laden das haut natürlich immer rein und dann wird es langsam und dem nachladen also haben wir wir haben 4,6 gigabyte jetzt macht sich lässt sie eigentlich hat keinen hunger ist gut statistik 2 80 das wird noch die hier rockian 94 die laufen für schweine richtig ton ach da knochen rund ja hier rüber Oh ja, war ein Platz. Nur 9, Zeit, Zeit. Kein Platz. soweit das ding auch müssen wir noch eine nacht durchschürfen geht nicht ja aber wie gesagt das ist auch nicht so cpu killer mäßig das spiel finde nehmen wir auch auf der monitor glaube ich 60 fps hier wie noch die hälfte also 2.560 x 1440 die grafiken ist wenn ihr die einstellungen zeigen also ich habe hier sichtweite 6000 das habe ich erhöht darstellung ein bisschen erhöht glaube ich objekt habe ich ein bisschen erhöht dass wir alles auf 1 textur hoch weil das sind die meisten texturen sind sowieso nicht 4k größer umgebungs blöcke groß wasser spiegelung schatten schatten größe schatten 6 also schatten habe ich praktisch so weit wie gucken kann eigentlich mal ein bisschen runter aus den jahren ist in schatten mal so das ist ja wirklich ganz kurz extrem genau einstellen dekal 1000 hauptun limit 60 sowieso ja das ist meine einstellungen aber wenn man da noch mal klickt dann packt er die packen ab da die man das auch cool einfach rechts klickt einmal hinter alle fünf frau ist schlecht 21 15 15 15 15 15 mal gucken 168 tag jetzt ist also die leg bis das wieder geht ok immer noch keine kohle ist denn das musste hier raus habe durch die da schon zwei tage man sieht ja die gpu also die grafiker ist nicht ganz so am ende nicht mal annähern jetzt im moment und zwar mal gucken wie viel los ist die soll jetzt wieder luft gekühlt also ich habe die wasserkühlen groß genommen zum testen noch mal ran machen wieder wasserkühlen weiter komme ich nicht also ich kann mir nicht vorstellen dass er unter 60 fps läuft und nicht mal die grafiker raus lassen weiß ich nicht und ich habe keinen weg das alles so flüssig so voll zack geht weiter bei den häusungen ob die wieder geld haben ja ich nehme ja auch auf das war natürlich auch noch mal rein so jetzt kommt man ja wohl bitte echt jetzt war nur 17 platten ja schwer holzen hat sie ein paar zahlstoffen die polzen normal ja warum nicht weiß noch mal wieder welche kriegen und es nix eigentlich die maus lag bei mir war so im grund so weg dann lauft noch mal noch die normalen hier hinten hin zu einem anderen händler beziehungsbefehl das ist die holzanderung nicht da seine schuhe irgendwie will ich aber nicht mehr lange in diesem zeitraffer spieler das ist ja ein bisschen doof das ist ja wie schnell läuft aber diesmal wieder fertig so geht schon ab mittlerweile meine keine sorgen mehr mit dem heiligen nationen das war mit da weg ist jetzt hier um geld zu machen dass wir uns die schablonen leisten können wenn wir hier sind der kann doch nicht die ganzen dinger veräußern wenn wir das den händlern das geld für spät von vor jetzt wollen wir noch zurück hälfte auch stress ne macht ja stahl genau für so eine sammureihose so eine schwere kettnose schwere panzerhose und fehlen hosen meine ketten äußerungshose dann machen wir einen noch voll und dann mal was zu verkaufen dann machen wir das mit jetzt mal wieder normal hier also sie kontrollieren beim rausgehen anscheinend noch also sie ist recht flott im runter und hochtakten die karte das muss man sagen also die springt ja praktisch immer hin und her mal speichern wo ich mir auch was falsches klicke draußen wissen okay ja zeig mal mal pause mal alles verkaufen wir sagen 45.000 muss das so die wollen das gleiche ja der nix was wir haben wollen die hosen gibt uns nicht und schablone heute würde ich fast sagen ich darf ja bei der heiligen nation nicht rein würde ich fast mal sagen das klaus überladen oder so ach der so behindert das beinkörper okay dann gehen wir hier rein kommt dich im bett chris jetzt mal deine aufgaben die wenn dann lieber ein richtiges bett du vergisst die aufgaben ja ein da so dann haute ich mal hier ins bett safi der ist fit der kann eigentlich mal nach hause da kann man das leder und das fleisch schon weg bringen der aufgaben ja okay ja guck doch man 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 geht er läuft klaus pennt der anderen geht es gut weg glaube ich dass er was in der laden wir haben da kein geld nicht mal eine pass mal auf wenn wir hier hin verkloppt die waren die shinobis er läuft noch klaus heilt seine beine weg weg der trug schneller und er muss aber viel laufen und mit der seine kraft er hat wir wollen nur 19.000 sogar mal 8.000 die weg gekriegt haben so witz das egal weg geht dann nochmal zurück bitte flupp geht klaus klaus muss fit sein bevor der los läuft klaus muss fit sein bevor der los läuft überall leute ich kann ja genau komplett durchsuchen mit der kammer klaus regierte kocht machen die felder der liebenden ist hier ist es eigentlich 700 megahertz 600 megahertz so wenn man ausgesucht ist kostet fast nix ist nur das textur in laden jetzt mal ein bisschen mehr los 6 das ist nicht sehr anspruchsvoller spiel von der grafik so das ist eher die cpu die in knie gehen so da sitzt hier hat nichts zu tun wir sind das hier so fett rohn also also die wand gefällt mir aber wie nicht die sind wie doof war die scheinwerfer eigentlich wir sogar nicht fertig gebraucht die beinkörper aber das ding fertig der alarm kann nicht rennen zurück da kommen die meute von hier hinten schon angeschossen für aus bis zum tor schaffen 172 das ist schon voll die scharfschützen hier und hobschlepp den müll weg ups so ruka so ihr da was gehauen oh weh ich grauschen hier hier hat eine äh wie wenn sie mal das Leder und hier das Fleisch wegwerfen aber das ist ein wolf ja ich möchte es mal hier auf dem boden dann packen wir das aber das ist auch genug Fleisch mal noch Fleisch 149 Fleisch 149 Fleisch jetzt mal wieder den aufgang frühen da hat sie was zu essen geholt ja okay ähm wecke jetzt haben wir weiter machen uka bleibt einfach einmal in seiner nähe so sie bedient sich das stahl und stahl mit dem links ja jetzt wäre los keine eisenplatten mehr ja wir haben alle eisenplatten weggeballert wie jetzt echt jetzt und scheiß das ganze erz achste scheiße der bau wieder platten wie doof aus dem kupfer das ist also sehr lukrativ anscheinend das kupfererz macht es gar nicht so hm also die ist nicht so effektiv die Mine hier muss man mal sagen ja jetzt boah 2 und wo lange gehen wir was rauskomme ne und hier noch 4 und es ist kein Erz drin und Sinti hat hier was reingeschmissen gehen wir hier hin ich nehme das mal mit ups achso die Wecker hat ja Sachen gekauft ne ich mache das mal steil weg kannst du dir mal versemmeln und gar nichts raus ich bin die Bolzen hier rein 06 06 schwer schlecht auf jeden Fall gibt es jetzt Ernte ja 20 Weizen das heißt ja eigentlich die Brotbacken Ich muss es jetzt rumlücken, wenn die Keku-Yan-Job machen. Hixler Fässer. Ich muss es mal rein. Keiner, was da ist. Oder Rüstung oder sonst irgendwas. Saurus Wolf. Der macht nix. Da können wir eigentlich mal Lederrüstung herstellen, würde ich sagen. Wolf. Da. Da. Nimm mal die Tür. Hier heute. So. Hier ist alles voll. Da wird nichts. Da sind noch 10 drin. Und zwar im Inventar. So. So. Wie läuft es hier? So. Hier ist sowas gebaut. Doch der Kettner ist so. Und noch keine fertig. Die sind unglaublich teuer. so. 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 die. Dann können wir mal holen. so. 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 Dann noch mal weiter. Schlossack von 56. und überlegen aber die lager ist dann erstellen ist noch nichts so nirgendwo mit diesem bald voll dann hört es wieder auch mit den eisenplatten verballern und dem wahrscheinlich ein bisschen skill gekriegt haben wir zwölf rüstung jetzt 68 rüstung 781 also die drei sind schon richtig gut die er wahrscheinlich so lernen moni ist roboter ich habe ja genau was her botanien singes ich glaube jeder muss sagen kann eigentlich mal so ein ärmelloser zu langer mantel das interessiert mit dieser kugel niederlumpen langer mantel schützer für fast alles leichte rüstung ich hätte immer her es kostet leicht schutz vor angriffen ziemlich heiß für die wüste aber beliebt in sumpfgebieten wo es ständig regnen so langer mantel das ist schon cooler und da war im schneider halbhose ausgestopft verstärkte kette und seine gesicht die war noch nie ja schwerter für alle schon so viel wie exotischer siebel verteidigungsbonus 8 und hier gibt es noch mal die ketten ist das erste gecko verloren ist sie los so lange bei gecko bleiben machen wir gecko geckopend oh das sehe ich meine nichts zu tun hier Klaus ist fit in die Schlucht Klaus, du kannst jetzt mal zu den Heiligen Glaub ich Ach, stark Gucken mal, ob die Schablonen verkaufen Gucken mal, ob die Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann läuft er. Ach komm, ihr seid nicht schnell altig. Oder? Kein Scheiß. Klaus ist, lauf weg, lauf häng schnell mal. Ja, ich glaube, ich häng mal ab. Oh, das Laden hier, wisst ihr? Das meine ich. Also es ist nicht eine GPU-Geschichte, also nicht Grafikkarte, es ist die CPU mit den Texturen anladen und so, was dann reinhaut. Aber ich glaube, es geht noch. Ich glaube, jedenfalls spielbar, wenn wir jetzt nicht immer auf Triple- oder Double-Speed laufen. Dann geht's. Oh, Nina. Das ist ein Knaller. Echt? Ach, die kämpfen immer die mal an. Hat er sich auszusehen mit dem Kollegen jetzt gehauen? Da ist die Schattengrenze anscheinend. Ja. Aber weiter weg habe ich sowieso eingestellt, dass nichts angezeigt wird. Und da eigentlich... Siehst du, willst du das langsam aufbauen? Du musst aber eigentlich nur noch LODs anzeigen. So wie dieser Eis... Ja, jetzt poppt der Waldend. Das ist ein Knall. Vielen Dank. Lass auf. Farmtree, dann. Ja. So, dann laufen wir hier hin. Aber der läuft jetzt. Ja. Bewegungsbefehl, ja. Okay, ich würde den Dreh machen mit dem. Handeln. Eigentlich nix, was ich brauchen würde. Dann kriegst du das. Dann gehen wir deinen Aufgaben nach. Guck mal, wie es Klaus geht. Läuft. Das ist eigentlich wirklich nur das Nachladen. Und ja, das ist ein NBMI-Laufwerk. Also das ist auch schon sehr schnell. Kannst du nichts machen. Kannst du nichts machen. Ja. Dann geht es nochmal auf eins. Zack. Zack. 8000. Ne? So. Bekloppte Werte. So. Das war kein Sinn. Ich hatte eigentlich alles so auf 6000. Ob das er so großen Unterschied macht. Jetzt gepflegt jetzt noch ein Neustart. Oder es haut jetzt gleich rein. Sein Liter. Zuerst von eine halbe Stunde. Bis alles geladen ist. Das sind eigentlich Kumpels, ne? Sei gesegnet, Bruder. Genau. Ja, natürlich auch. So. 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 Lass mal gucken. Wo ist denn hier? Da ist ein Händler. Hier ist eine Küche. Da ist es so. Geh mal rein. Hallo. Möge der Herr des Lichts. Ich segne, Bruder. Genau. Finde ich auch. So. Herzschützer. So Müll. Die liegen hier so ein Ding. Sowas will ich haben. Ne. Händler. Du. Ist hier noch ein Händler? Ne. Herzschützer will ich nicht. Hier wäre noch ein Schneiderli. Ob hier etwas interessantes ist. Handeln. Gehen wir. Gehen wir. Gehen wir. Cargo Hosen. Ähm. Dass wir die. Die sind überhaupt nichts mehr. Samurai Stoffhose. Kämmer. Rostiges Kettenhemd. Kettenrüstung. Mittlerer. Allmittlerer. Rostiges Kettenhemd. Kettenrüstung. Mittlerer. Kettenhemd. Kettenhemd. Kettenrüstung. 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 Anbauen. Kettenhemd. 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 Ketten sever. S already. Kettenhemd. wenn schwer man gab es auch nichts außer die müllbeine ja waren alle bösen brüsterhügel noch da mal hin dass auch noch heilige gewöhnung dichter weitergehen keine schatten schatten hier ist anscheinend ein bisschen weiter und das ist immer noch so eine maximal distanz oder ich sage das ist nachgeladen hinten sehen wir die bäume bis hierhin da ein bisschen nebel grafikkarte pennt moment mehr los läuft und schon aus ja kommen wir mal noch hin essen hat da noch beim wüsterhügel ja ein bisschen aus zu essen bisschen schablon wissen das ich bin wohl ohne heilige typen der als mensch kann sich gut umtreiben da wird man überall gemacht bei der heiligen nation büsterhügel da war ich glaube noch gar nicht oder geld haben wir jetzt haben wir da wieder das unterschied seit sie genau wasser gekühlt hat dass sie dich über 40 grad hier und sie 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 auf sie jetzt nie will auf der militärbasis werden wir keine schablonen bekommen glaube ich das ist eine statue vom heiligen heiligen wahrscheinlich die heiligen nation hat auf jeden fall schwere rüstung ist ja vielleicht eine möglichkeit zu kriegen und dann bis Na, ich gehst nicht mehr weiter. Auf. Oh, ganz kluft schon, ja. Oh, warte, siehs. Lauf, Klaus. Wo ist der Hügel hier? Der Büchserhügel. So genau wird aus sein. Oh. Lead. Das hole ich mal rein, das laden. Das sag ich mal nicht. So, jetzt war es 6,3 Gigabyte VRAM. So, Platz. Schmeiß da altes weg, 6,2. So, wie läuft's da hier cool? Und nicht gesagt Bruder oder so. Oh, guck mal mal. Oh, guck mal hier was sagen. Wie? Aber wir sind glaube ich erst mal bis morgen warten. Jetzt noch vier Stunden. Hier läuft hier. Hallo. Der Benster Klaus. Guck was er hat. Lass uns mal zur Sache kommen. Du hast genau nix was ich haben will. Der sonst immer was. Der war leidig gestört zu haben. Ne. Bruder. Wie haben wir denn hier noch so? Das haben wir wahrscheinlich gar keinen, ja. Hier so ein Händlerladen. Der ist auch zu. Und dann noch mal natürlich hier. Oh, hier so Essensladen. Wir wissen alles bis 6,8 nach 6. So machen die es wieder auf. Hm, ein Tierhändler ist auf dem Weg zu mir. Wir fragen wie viele Hunde Gekko hinterher laufen können. Wir fragen wie viel Hunde Gekko rum sitzt. Habe ich das nie was mit der Schildathletik. Was sieht denn? Oh, guck mal wie groß Rocky ist. die lütte hier jetzt kommt wie klein sie ist jetzt ganz schön gewachsen und sterben doch nicht das ist gerade so gut drauf her hat wenig verteidigung und andere werte geschütztürme sehr gut und präzise schießen hoch mitmachen hier nämlich mal müssen wir bist nix hier was drin 15 jetzt schon ordentlich platten hergestellt hier weg wieder arbeit für dich und das bedaft braucht wirklich nur kupfer und der weg gebrauchte zum schleppen 59 immerhin auf die norma hier zum zentrum bitte und die ruka folgt ihr beiden ihr müsst euch bewegen das sind weg aber die inlass die beiden laufen pause dienes Niam, Tran, Kalid, die beiden, komm mal hier hin, lauf mal rein. Hallo, Leute, okay, Brigitte legt noch, hefte. Oh, Lassi, Lassi gibt's eben. Kann einer Lassi helfen? Oh ja, gut, da hat einer auf die geschossen. Gut, gut gemacht, Lassi, sehr gut. Jetzt hat sich die reingeschafft. Flünder den mal, nur mal gucken. Ob der Essen eingesackt hat, ne. Alles hier gut? Ja, ne? Oh, mein Lassi. Schwerig. Rocky. War ein ganz schöner Unterschied, wie cool. Und eigentlich unsere Heil auch. Sowohl. Und da. Und Molly. Ja. Auch einer, die Hunde heilen, bitte. 229. Ah, wird jetzt. Bang, bang. Heil geheilt. Alles klar. Für die weitere. Piu. Oh, Klaus ist jetzt 5.31. Hm. Noch nicht. So, noch ein bisschen warm. Not jetzt? Ja, wir sehen uns. Schwerig. Für die neue Gewendung auch, ... ... wird ja für ein bisschen Geld... ...pup... das dinge stehen kauf bolzen das ist jetzt auf hoffe ich meine es da was gibt ja zeige sich ne bruder wie kann ich dir hilfen geht es muss da ist keine schau doch jetzt die linie bauen für die heiligen bus ich glaube das war schon immer so dass es die nie im spiel gab als schablone da gibt es eine mod dass man die heiligen bus platten herstellen kann ich will aber jetzt nur die samurai hose das wäre auch schon mal wenn man hier ist ein bau der schablonen hat keine 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 uralten und dann hat man noch hier so ein schneider lieb ich vermute ich das gleiche haben bereits erforscht bereits erforscht rostiges ketten haben will ich nicht so gut aber alles 20.000 für ein rostiges ketten haben gibt es nicht das macht der hier als für eine bar hier sind noch waffen so eher beile fleischer bei mond sich hier paladin kreuz gar nicht teuer sie will haben wir jetzt wollen wir nicht schon genug waffen herstellen können wo geht es hier hin als so heilig hier das ist alles ja der heilige was auch nicht cool gibt es essen hier ist noch ein wandler wann dass man gehen wir kennen wir kennen wir kennen wir können und dann unter rucksäcke und keine blaupausen für rucksäcke schlafen kann man schon selber herrscht das licht man das sollte man mal eine runde spielen so einfach so als extrem gläubiger damit so wie für alles im überfluss etwas besonderes ein turban blechdose einmal zu gehen der turan ist cool in jedem fall blechdose ausgeweitet kurater zu gehen der sieben stunden können wir schon einmal zu gehen das ist der die blechdose wenn man gar nicht so offensichtlich gesehen weil die anderen alle schilder daran haben man da gar nicht mehr nach das essen hm hier waren wir in dem und gesprochen hier ist sonst nix das fluss stapfer mit ihr ausnehmen ich wünsche mir erst mal nicht hallo wenn der hier die ganzen weg nennen noch mal den hier noch ein ich glaube ich nehme mich aus versehen so einen heiligen typen hat ich glaube den hatten wir ne ja wir haben ein paar fälle gesammelt und ein paar schablonen gelernt ne schon hier oben ist das sonst keine stadt mehr die wir kennen die freundlich ist da ist nicht freundlich bei den schwermann gibt es eigentlich nur die wir ende der wild doch da mal hin mit schon so nördlich ist laufen wir ans ende der welt gucken ob da freundlich ist weil wir gerade das geld haben haben wir Mk2 Mk2 für die macht man fast keine chance was gutes zu bauen mal aufpassen ist ja noch läuft hier städter mit einer handel jetzt leder alt wie doof schon wieder tiere ich mache mit dem zeichnung uns noch einen holen klaus leufner da liegt einer aus dem sterben oder erholungskroman sterben ist gut so machen so ist so ja eine hose keine ketten russ war kein stahl weil kein r2 kein eisenplan weil die meisenplan bauern verbrauchen ausbeulung hier sobald mal voll sein ist hier wieder schluss ja fast voll und bald vorbei mit dem eisenplan verbrauch und ich stelle natürlich schwer daher wie doof und der macht hat er hat den mantel genau das ist also ein langer mantel skins hat auch noch kein elektronisch voll doch so lange das noch nicht voll ist lernen die noch was sondern wo er läuft in der welt ganz toll ja da oben ist das schön in flimmer die hitze überhaupt die freundlichen und schnell speichern nicht dass ich das nicht vollstes vertrauen in die leute hätte ja dass sie uns freundlich und als händler betrachten und entgegenkommen aber nicht abgebrannt ist einfach nur ein heißer wald oder so scheint so wald in der wüste da ist ein kleines dorf kann man schon mal anfühlen und dann mal hin hallo ich bin der aus dem zentrum als mensch hat man es ja hier diplomatisch am besten glaube ich und dann ist ja auch noch Bärbader oder Sänger oder so aber alle zu hier das sind walds die, ne Bullen die sind freundlich hallo die geflohener, ne hab ich nicht macht das sind die nahe geflohene dina aber feindlich noch mal ein stück das essen technisch ich finde ich krasse spieler noch was zu trinken haben müsste zumal die alles ein bisschen wüste ist jetzt regelmäßig was zu ertrinken haben müsste was soll ich noch gar nicht wofür der alkohol überhaupt gut ist außer als handelsfahre wie man tiere züchtet denke man müssen einen stall bauen und dann kommen dann mal neue kleine kälber tieren müsste man dann ja auch einfach irgendwo dann mal entführen können oder klauen nämlich an den ist ja egal welches futter sie fressen hier geht es hoch da muss das da oben drauf sein ende der welt ist dann lauter uralte forschung gibt dann packe ich den klaus da und dann geht weg die ganze zeit rüstungsplatten verkaufen bis wir alle forschung haben mir egal wie lange das dauert ich war wie viel soll ich glaube 8000 hatten diese uralten forschung gekostet die wir mal gefunden hatten muss hängt genauer nicht stimmen jetzt leckt gerne so wenn ich die grafikkarte die pendens leckte aus anderen gründen nachladen so cp us ist der flaschenhals sozusagen das ist ja alles für den popo hier hochzunahme ist doch auch cool aus was von naja da ist natürlich staat und das scheint auch heilige zu sein und das sehe ich jetzt schon den rüstungs händler auf der rechten seite jawohl hat schablonen ordentliche hallo ich bin es der claus und den reden nein hallo ich habe gesagt gar nichts haben wir schon schwarze bandana rattenhut 2000 karuta zu kien was denn das deutsch mit am rosa zum reichstoffhose meister ja mein soviel Das ist etwas Wir haben, was es ist Es ist eine Karte zu gehen noch mal verkaufen der wecke vielleicht im ersten stopp noch einer zwei dritten nur wahrscheinlich klauen wenn wir hier noch eine bar essen oder handwerker wandermann und handwerk hier ist noch ein riss ok ja das sieht doch wie wir haben wir panzer der lumpen haben wir haben wir haben wir haben wir haben wir mal alles schon ich werde zu kennen aus und haben wir hier hoch normales mk3 dass die mund sich muss er hier mal auf den finden der rosenverkauf oder die schablonen dafür ein fein oma altwelt bogen die kämmer schweren bolzen 20.000 das ist hier noch für den laden die fügel alle freundlichen und roboter alle drei kopf krass hier vielleicht die richtigen beine zeig mal nein keine schablon die teile dafür hoch das ist vielleicht kann man kann man können wir noch nicht können wir noch nicht das ist ein händler in einem der hier das mal reden 5.000 noch mal wieder zwei besser da tun können wir immerhin 2 uhr ja so wie viele alte braucht man sie nehmen auf meine hause noch mal hier in der weg der maria verkaufen hoffe ich 5.000 hatte ich glaube ich habe nichts mehr zu gekriegt und du lauf mal hier unten die doch gelder war der zielos oder hängt da hin der mag da nicht hinlaufen da will er hinlaufen hauptsache ich tut siegen das ist 2, 2, 2. Jetzt sind alles sicher. Ich glaube, das ist Stumpfwandel, wenn ich hier einstelle. Ich nehme auf 9000. Das ist nur auf 1. Ich nehme auf 8. 8000. Ich nehme auf 9000. Ich nehme auf 9000. Ich nehme auf 9000. Ich nehme auf 9000. Dann kannst du wieder zurücklaufen. Ich nehme auf 9000. 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 Oh, Marco We have fun, you must sehen jetzt so ist es wieder hier eingeladen stimmt ja die wird das morgen der geltung hier draußen wir haben technisch 7,2 gigabyte ich lass das mal an und dann halte ich mal weiß ich auch nicht noch mal 10 gigabyte zu und wieviel vier haben der dann verbraucht ja ich glaube wir machen mal pause und dann laufen wir gleich mit dem klaus weiter schwein